Ich will ein V8 Coupé für 18.000 Euro. Was würdest du mir empfehlen? Also wenn du dir das gut überlegt hast, könnte ich ein paar Ideen teilen. Schieß los. Wenn du etwas gediegener unterwegs sein willst, dann wären von Mercedes zum Beispiel der CL500 oder alternativ der CLS502 Kandidaten. Klingt schon mal nicht schlecht. Vom BMW wäre der 645i eine Option. Vielleicht hast du aber auch Glück und findest einen 650i. Gibt es aber was Fettes aus den USA? Klar, der Ford Mustang GT wäre möglich, oder? Vielleicht findest du auch einen Dodge Challenger. Und hast du auch noch so was Sportlicheres? Audi hat im S5 Coupé bis 2011 genau wie im RS5 einen V8 verbaut. Vielleicht wäre der ja was. Mega, schau ich mir direkt mal an und ich folge dir jetzt erstmal für mehr Autotipps.